Für dich ist es wichtig, dass Industriebrüche, die keine Aktivitäten mehr haben, eine neue Karte entwickelt werden. Dadurch braucht man keine neuen Geringflaschen mehr, um ein Foto zu machen. Man braucht keine Flaschen zu versicheln, um einen neuen Wohnraum zu schaffen, um neue Aktivitätszonen zu schaffen. Für dich ist es wichtig, dass der industrielle Patrimon auf der Geschichte geschützt wird. Für mich ist es wichtig, den industriellen Patrimon zu behalten, weil die ganz große Relevanz an der Geschichte für Lütze geschützt wird. Für dich ist es nicht einfach, um neue Karte durch mein Velo oder mein Auto zu dem Platzieren. Für mich ist es so, dass wir das Auto aus dem öffentlichen Raum relativ stärker rausholen. Wir haben Straßenamtweh für den Fußgänger, für die Veloführer, weil wir immer sicher sind. Und dadurch sind wir auch für die Hauptüberlegungen, die mein Mobilitätskonzept holen. Für dich, wie willst du da gerne um Karte und in der kulturellen Leven an unserer Kommunität leben? Für mich ist es ganz einfach. Es kann mit kleinen Festivals, mit kleinen Konzernen oder auch mit kleinen Veranstaltungen oder Caterings, wie zum Beispiel Kunst oder Konzernen, halt so Sachen zum Kulturellen beitragen. Für dich, wie sind neue Parken und Kringplätze und diese neue Karte wichtig? Für mich sind die Kringflaschen enorm wichtig, weil nicht überall das wichtig ist an einem urbanen Karte. Hier spielen die Leven. Hier treffen sich Leute, hier machen Leute ihren Sport, hier haben sie ihre Freizeitaktivitäten. Wir nehmen nicht nur, dass wir die Bereiche als Freizeitaktivitäten nutzen können. Mehr sind Dinge noch zum Thema der Biodiversität bei, respektive auch, haben einen positiven Impact auf das Mikroklima von einem Karte. Für dich, welchen Aktivitäten und Equipment brauchst du an dem neuen Karte? Ich halte gerne, dass ich jetzt immer ein Grammese gehackt und zum Beispiel auch noch Apfelbeam und so weiter. Dann auch noch Lebensräume für die kleinen Dehren, zum Beispiel Insekten. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.